Hi Leute, jetzt bin ich gerade noch schnell am schneiden von den Folgen heute und jetzt haben wir ja noch Freitag, Samstagmorgen habe ich relativ wenig zu tun, das heißt also ich bin am Arbeiten, klar, und naja so klar ist es eigentlich nicht, aber ich bin am Arbeiten und habe denke ich mal relativ früh Feierabend. Ich würde gerne Bad Neighbors 2 gucken im Kino in Hamburg am Dammtor und wenn einer da Bock hätte, ich gucke mal gerade nochmal kurz rein, 14.30 Uhr, 14.30 Uhr würde ich vor dem Dammtor, also ich sag mal vielleicht so ab 14 Uhr oder sowas, würde ich dastehen und dann einfach, wenn ihr halt ja mitkommen wollt, könnt ihr das gerne machen, der ist ab 12 Uhr, also die, die da drunter sind, da sein sollten, ihr könnt euch trotzdem gerne hinstellen, was weiß ich, ein Autogramm oder sowas, gar kein Thema und ja, bloß ich wollte es halt einfach einen Tag vorher mal anmelden, dass ihr genug Zeit habt da zu reagieren, also wie gesagt so ungefähr 14 Uhr denke ich mal werde ich mich da so einfinden und dann wird die Karte kurz bestellt und dann passt das. Das war's von mir, wie gesagt, morgen Bad Neighbors 2, Kino am Dammtor in Hamburg und dann, ja, wer mitkommen will, darf das gerne tun. Haut rein, ciao, ciao.